Jetzt schauen wir mal. So, da ist noch einer, zwei. Wir kriegen schon mal wenig weniger auf die Fresse. Wir zaubern jetzt natürlich langsamer, weil wir ja keinen Stab dabei haben. Bedrängter Zauberstock. Das ist nix. So, mal gucken, was hat der denn? Drei bis fünf Schaden, Ausdauer, Arkan-Schaden, Kampfmagier-Fertigkeiten. Ran damit. Aber hallo? Ist das ein Einländer? Schild? Schild? Hallo? In der Schild. Na, bin ich jetzt besoffen? Hat er den noch ausgerüstet? So. Angedeckte Gehirnstände. Ach ja, Tatsache. Das ist ein Einhand. Ach, ne. Jetzt hat er den Stab. Da. Als Carsten war natürlich wieder schnell. Ja, wir müssen doch bei Stab bleiben. Das bringt nichts. Da zaubern wir einfach schneller. Ähm. Nehmen wir aber unseren Stab wieder. So. Ähm. Wo war denn hier? Weg. So. So. Kack. Windows-Update-Fest. Da geht man auf den Sack hier langsam. So. Idee. Ja, Carsten, mal wissen, wie es nicht schneller ist. Alter, da sind aber noch viele. Ich dachte, wir hätten da zwei, drei Stück vergessen. Okay. Doch ein bisschen mehr. Oster. Die nehmen wir mal mit. 126 Rüstung, kannst du mal wissen. So. Bettlertuch. Er zur Haft. Liegen auf dem Lootpack schon rum hier. So. Stab, drei bis sieben. Heben wir gar nicht auf. So. Na, wir werden sie noch gebacken kriegen hier. Heben wir nicht auf. Er hat doch vorbei. Helm 98. Können wir mal gucken. Den können wir mitnehmen bei. Lassen wir da. So. So möge er verrecken. Na, jetzt sollten wir ja mal alles geklärt haben. So, das Areal ist sauber. Gehen wir mal weiter. Äh, nee, warte mal. Hä? Das Areal ist doch so groß. Tatsache. Ach, du Scheiße. Wir haben ein ganzes Gebiet vergessen. Na, kein Wunder. Aber jetzt sollten wir alle haben. Wo fehlt denn jetzt noch was? Oder respawnen die ständig? Gibt's ja gar nicht. Wir spawnen die ständig, oder? Wir waren jetzt bis in den Ecken hier drin. Gibt's doch gar nicht. Hier sind gar keine Gegner mehr. Warum wollen die ums Verrecken nicht mit? Hier ist niemand mehr. Ich glaube, wir sind noch mitten durch. Vielleicht rennt da noch irgendwo einer rum, aber... Nö, da kommen schon wieder die Ränder der Karten. Hier ist nichts mehr. Gar nichts mehr. Hier gibt's überhaupt nichts mehr. Wir haben alles umgedüppelt, was hier war. Wir haben fast drei Level gemacht. Jetzt nur in dem Gebiet hier. Kannst du mir nicht erzählen, dass hier noch was rumrennt? Unseren Golem müssen wir in der Stadt auch mal wieder leveln. Aber das gibt's doch gar nicht. Respawnen die? Hat man doch alles leer. Das war alles leer. Hat man alles weggebügelt hier. Ja, schlag erst mal. Oh, Alter. Das war alles leergerollt. Das weiß ich genau. Wir hatten ja alles weggeballert. Du respawn doch wieder. Kannst mir erzählen, was du willst. Und anstatt jetzt die Scheißdorfwohnen einfach mal mitlaufen, ne? Und wir dann den Weg vor denen freiräumen. Nein! Naaah! Die respawnen doch die Gegner. Kannst du mir erzählen, was du willst? Wir hatten ja alles leergeräumt. Oder hab ich jetzt vor lauter, lauter den Überblick verloren? Nee, an der Ecke waren wir. Hier waren wir. Definitiv. Kommt ja wieder einer. Sind alle schon wieder respawned. Kannst mir doch erzählen, was du willst. Die Blatterschwingen haben auch vorhin schon umgepügelt. Das gibt's doch gar nicht. Sind alle wieder respawned. Hat man vorhin schon mal umgeballert. Alle miteinander. Alle, wie sie da gestanden sind. Alle wieder da. Hä? Wie soll man die dann befreien? Wenn die Gegner jedes Mal so schnell wieder auftauchen. Wenn wir jetzt erstmal bis zur Brücke freigeräumt haben. Wobei da ja gar nicht der Ausgang ist, das man eben bei erwähnt. Aber das gibt's doch nicht. Wir spawnen alle wieder. Wie soll man da hier das Gebiet leer kriegen? Weil wir die ganze Karte leer rollen müssen. Wovon ich jetzt einfach mal ausgehe. Hier, der helft uns. Bla bla bla. Ich helf dir. Das gibt's doch gar nicht. Wegen aller Kreaturen festgenagelt. Bla bla bla. Das gibt's doch gar nicht. Wir hatten alles geklärt hier. Und den Weg nach unten hatten wir definitiv geklärt. Da sind wir ja gerade hergekommen. Also das war das vorletzte Gebiet, was wir jetzt leergeräumt haben. Ja, das ist auch noch sauber. Ne, guck, da ist schon wieder respawn. Ey, das kannst du mir doch nicht erzählen. Wie soll man das hier alles leer kriegen? Zum Goldfarben ist es super, aber... Stufe aufgestiegen. Schön, ich freue mich. Alles wieder respawned. Hä? Wie soll ich denn das leer kriegen hier? Das Gebiet. Respawn ist ja viel zu hoch. Wir haben jetzt schon drei Level hier drin gemacht. Wie soll man das Gebiet hier leergrinden können? Geht ja gar nicht. Also du kriegst leer, wenn ich wieder so respawn rate. Die respawnen ja wie kacke. Ja, das ist doch... Die verpassen sich ständig hier in ihrer Hütte. Also das ist... Wie soll man das leer bekommen? Hey, ihr da hilft uns, blablabla. Ja, fick dich doch, Alter. Ey, da kriegst du doch was zu kotzen. Punkte heben wir mal auf. Fertigkeiten drin sehen. Die müssen wir ja beim Ausbilder dann lernen. Fünf Prozent Chance. Schaden dringend. Okay, ja. Den Golem anzugreifen. Minus Schaden. Okay. Segen der Erde. Na. Sieben Punkte haben wir zum Vergeben gemacht. Nee, wird Zeit. Okay. Klassenaufstieg. Klassenaufstieg. Ach so, das war ja das. Legendare Klassen. Der Lich. Was kann der? Beziehungser Kräfte bei der Seiten. Todesmagie. Sehr schön. Hm. Ist interessant. Aber warum geht es da jetzt nicht weiter? Ich gehe jetzt mal zurück. Was seht ihr das? Nervt mich jetzt. Portal-Juwel. So. Was? Was? Die Suche. Ach, ich Arschloch. Ich sollte die Quests auch mal lesen. Ach, scheiße. Halbe Stunde hier im Rage-Modus rumgerannt. Gekotzt wie die Sau. Ja, scheiß MMO-Erkrankheit. Da werden keine Quests mehr gelesen. Da wird durchgerannt. Scheiß drauf, was in der Quest steht. Man könnte aber, man könnte aber was in Erfahrung bringen dadurch, um sich Weg zu ersparen. Da. Scheiß Gamer-Krankheit hier. Das ist ein Viertelstaff haben wir schon an. Das ist eine scheiß Gamer-Krankheit. Da werden keine Quests gelesen, da wird einfach nur reingerannt. So. Das ist doch. Na gut. Haben wir mal drei Level gemacht. Soll uns recht sein. Können wir den Kohlen ein bisschen nachleppeln. Ich glaube, das war noch schweineteuer mit dem Kohlen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. So. Was haben wir noch an Quests jetzt im Moment? Gar nichts. Nur die Rückkehr. Ja, okay. Also wieder zurück ins Dorf latschen. Blöd, dass es kein Stadt-Teleport gibt. So. Seehafen. Also, dass wir nicht selbst eine Stadtrolle oder sowas haben. Stadtportal. Bisschen nervig. So. Zu wem müssen wir denn? Willkommen. Äh. Handel. Was hast du dabei? Du hast eine Pattern, ne? Schriftrolle des Stadtportals. Arschloch. Nehmen wir gleich. Komm, wir nehmen mal einen ganzen Fünfer-Stapel mit. Nehmen wir einen halben Schnitt wieder. Verkaufen. Verkaufen. So. Dir kann ich auch den ganzen Schrott andrehen, ne? So. Zack, zack. So. Oh, das lohnt sich. Aber weiter mal. Ich wollte ja noch gucken. So. Warte mal. Na, die haben wir angelegt. Schubmeilen mit 98. Die drei Windsteiger bringen aber mehr. Äh. Weil wir dadurch mehr Damage machen. 126 die Schuhe.